Herzlich willkommen beim dritten Teil des Web-Talks OER finden und erstellen für Lehrerinnen und Lehrer, den ich euch heute vorstellen darf. Mein Name ist Christina König und heute geht es um das Thema Arbeitsblätter. In den vergangenen beiden Freitagstalks habe ich euch schon ein paar Dinge erzählt über Fundgruppen für OER im Internet und über Fundgruppen für speziell für Bilder im Internet und heute geht es um Arbeitsblätter. Warum Arbeitsblätter? Naja, die Arbeitsblätter sind natürlich der Klassiker unter den Materialien für Lehrkräfte. Kaum eine Lehrkraft kommt ohne die Gestaltung von Arbeitsblättern zurecht. Natürlich gibt es auch bisher schon jede Menge Möglichkeiten, wie man sich Arbeitsblätter gestalten kann, aber es gibt ein paar ganz besonders tolle Tools, die speziell für die Hand von Lehrerinnen und Lehrern gemacht worden sind und die wunderbar auch noch frei zugänglich sind. Mein Kollege Sebastian Nüsse hatte das Thema diese Woche auch schon in seinem Talk. Es geht nämlich um die Plattform Tutori. Anders als Sebastian, der euch die grundsätzlichen Funktionalitäten der Plattform zunächst gezeigt hat, möchte ich ein kleines bisschen tiefer einsteigen in Tutori und euch zeigen, auf welche Art und Weise ihr bereits vorhandene Arbeitsblätter nutzen und weiter bearbeiten und auch weit natürlich verbreiten könnt. Deswegen habe ich euch heute keine Präsentation mitgebracht, sondern steige mit euch gleich direkt ein in die Plattform, um euch zu zeigen, zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich gebe meinen Bildschirm frei und lande direkt in meiner Arbeitsumgebung von Tutori. Ihr seht hier oben, ich mache das Ganze mal ein bisschen grösser, die Adresszeile. Ich habe mich bereits eingeloggt. Die Adresse ist www.tutori.de und ich habe eben aus Zeitgründen einen Schritt übersprungen. Wenn ihr diese Plattform nutzen möchtet, müsst ihr euch in wenigen Schritten registrieren. Das Ganze kostet in der Basisversion nichts. Es gibt auch noch verschiedene Premium-Modelle, die dann kostenpflichtig sind und erweiterte Funktionalitäten bieten. Zum Ausprobieren reicht es aber auf alle Fälle, sich mit der kostenfreien Variante erst mal einen Überblick zu verschaffen. Ich habe hier für meine Fortbildungszwecke die Möglichkeit von Tutori bekommen, mich hier in einer Premium-Umgebung zu tummeln. Wenn ich mich also einlogge als selbstbewusster Feldhase, das ist mein Pseudonym, dann seht ihr hier eine Basis-Arbeitsumgebung. Auf Tutori kann ich zunächst mal verschiedene Suchraster betätigen. Zum einen kann ich alle vorhandenen Materialien durchsuchen. Das funktioniert hier über den Suchschlitz. Ich kann nach Fächern, Klassenstufen, Bildungsgang und so weiter und sofort filtern. Oder ich kann natürlich, wie gesagt, nach einem Schlagwort, nach passenden Materialien recherchieren. Oder eine weitere Variante ist es, auf gewissermaßen Entdeckungsreise zu gehen und mir alle Dokumente erst mal anzuschauen, die Tutori so zur Verfügung hat. Und jetzt ist gerade was Interessantes passiert. Vorhin waren es noch 6395 Dokumente, die uns hier zur Verfügung stehen. Jetzt ist eins dazu gekommen. Offensichtlich ist ein fleißiger Nutzer gerade dabei, zu arbeiten am Freitagnachmittag. Das ist sehr löblich. Wir können uns also jetzt entweder diese Dokumente durchklicken. Das ist etwas viel Aufwand bei so vielen Arbeitsblättern. Wir haben deswegen auch die Möglichkeit, in Sammlungen zu gehen. Die können wir wieder umfiltern. Ich zeige euch ganz kurz, wie das funktioniert. Beispielsweise mit dem Filter Geschichte. Und wir sehen, aus den vorhin 87 Sammlungen sind 20 geworden zu verschiedensten Themenbereichen aus dem Fach Geschichte. Ob das jetzt Industrialisierung ist oder Handel im Mittelalter. Da habe ich also ganz verschiedene Methoden. Ich kann da auch noch einen weiteren Filter hinzufügen. Beispielsweise Englisch. Und sehe, es gibt zwar keine Sammlungen mehr, die zum Fach Geschichte und zu Englisch passen. Wohl aber 14 Dokumente. So funktioniert das für alle möglichen Fächer und Klassenstufen etc. Da kann man also wirklich jede Menge Sachen finden. Ich zeige euch jetzt aber eine andere Methode, wie man auch Arbeitsblätter finden kann und diese für seine Zwecke weiter bearbeiten kann. Deswegen setze ich diesen Filter jetzt zurück und wähle ein Material aus. Vielleicht war der ein oder die andere von euch bei einem der beiden vorherigen Web Talks aus meiner Reihe schon anwesend. Dann habt ihr mitbekommen, dass ich einen kleinen Spleen mit Eisvögeln habe. Die mag ich einfach gerne und deswegen versuche ich auch jetzt hier in Tutorie Materialien zu finden, die den Eisvogel als Thema haben. Explizit finde ich jetzt hier zwei Arbeitsblätter. Das kommt mir eigentlich zugute. Ich möchte euch ja nur zeigen, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich das erste Arbeitsblatt anklicke, öffnet sich rechts ein Voransichtsfenster. Vielleicht kennt ihr das auch von der Google Bildersuche. Da ist das ähnlich. Ich habe also links verkleinerte Kacheln. Rechts die Möglichkeit, eine Voransicht zu erstellen und auch zu scrollen bzw. mich durchzublättern, wenn es mehrere Seiten sind. Ich kann schon hier eine private Kopie von dem Arbeitsblatt erstellen oder es als PDF herunterladen oder auch eine Web-Ansicht öffnen. Oder hier bei diesem Button weitere Informationen abzurufen, beispielsweise für welche Fächer es geeignet ist und für welche Klassenstufen. Ich interessiere mich jetzt aber für dieses Arbeitsblatt mit dem Titel Vogelfüße. Und weil ich euch ja zeigen möchte, wie ihr gut mit Tutorie arbeiten könnt, erstelle ich jetzt eine Kopie dieses Arbeitsblatts. Es öffnet sich jetzt also dieses Arbeitsblatt und ihr seht auf der linken Seite öffnet sich eine ganze Reihe von Funktionalitäten, mit denen ich dieses Blatt bearbeiten kann. Beim ersten Blick auf das Blatt fällt mir aber schon einiges auf, was ich gerne geändert hätte. Beispielsweise die Überschrift. Da gibt es einen Umbruch, der mir nicht gefällt. Ich ziehe das Textfeld also etwas größer. Auch das Datum stimmt nicht. Offensichtlich ist es das Datum der Erstellung. Mit einem Doppelklick kann ich das Datum anpassen. Das mache ich jetzt hier mal und wähle das heutige Datum und habe auch dieses drauf. Das Arbeitsblatt beschäftigt sich mit dem Thema Vögel und welche Merkmale zu welchen Vögeln passen. Dazu gibt es eine sehr hübsche Aufgabe. Da geht es um die Füße von Vögeln, welche Spuren sie hinterlassen und welche Funktionen sie haben und die entsprechenden Bilder dazu. Und weil ich euch unter anderem die Sache mit den Bildern etwas genauer erklären möchte, zeige ich euch mal mit einem Klick auf die Bilder. Es öffnen sich verschiedene Rahmenfarben. Wir hatten gerade drei grüne und hier eine orangefarbene. Die grüne Rahmenfarbe zeigt uns, wenn ich auf das i klicke, dass es sich hierbei um Bilder handelt, die offen lizenziert sind. Nämlich mit einer Creative Commons Lizenz. In diesem Fall sogar mit einer CC Zero Lizenz. Das ist ganz wunderbar. Und ihr seht, wie praktisch das ist. Tutori liefert euch also diese Informationen, die ja sehr, sehr zentral sind, wenn wir mit Bildern und mit frei verfügbaren Inhalten arbeiten. Gleich mit. Ich zeige euch auch gleich, wie das geht. Ich sehe nämlich hier ein Bild, das offensichtlich nicht frei verfügbar ist. Und ich sehe hier eine Gruppenbeschränkung. Es handelt sich um ein eigenes Bild. Es ist anzunehmen, dass es von der Erstellerin dieses Arbeitsplatz eingestellt wurde und es ist noch nicht freigegeben. Da wir uns ja hier mit OER beschäftigen, beschließe ich jetzt also dieses Bild zu ersetzen. Dazu entferne ich diesen Baustein. Und muss nun ein neues Bild wählen. Hierzu gehe ich in den linken Reiter. Ihr seht hier ein kleines Symbol für Grafiken. Und klicke auf die Lupe für das Bild. Hier habe ich schon eine Vorauswahl der eigenen Bausteine auf dem Bild. Ich möchte aber, wie gesagt, ein Bild auswählen, das möglichst offen lizenziert ist. Deswegen klicke ich alle Tutori-Elemente aus. Habe hier in den weiteren Quellen die Möglichkeit, nach Creative Commons zu suchen. Nach Flickr, nach Pixabay und so weiter und so fort. Auch nach YouTube-Links. Aber ich möchte mich in den Wikimedia-Comments bewegen, um eine möglichst offene Bildquelle zu finden. Auch hier tippe ich wieder meinen Suchbegriff ein und sehe Ergebnisse aus der Wikimedia-Comments. Einige davon sind nicht gefunden oder fehlerhaft, aber es sind auch noch viele, viele andere vorhanden. Und ich wähle gleich das erste, das mir sehr gut gefällt. Das kenne ich auch schon von meiner letzten Suche im Internet in der Wikimedia-Comments. Wenn ich darauf klicke, wird es also automatisch in mein Arbeitsblatt gezogen. Ich kann es also hier an die entsprechende Stelle ziehen. In diesem Fall als Ersatz für das vorherige Bild. Passe das auch in der Größe an. Und ihr seht, ich habe den grünen Rahmen um dieses Bild herum. Wenn ich jetzt auf die Information gehe, sehe ich, dass dieses Werk unter der CC Zero lizenziert ist. Das bedeutet, ich muss also keinen Urheber angeben, auch nicht den Titel des Bildes. Und weil das bei den anderen Bildern auch nicht der Fall ist, entferne ich jetzt diese Bildunterschrift. Ich könnte natürlich auch etwas anderes hinzufügen. Aber in diesem Fall möchte ich, dass das Layout des Arbeitsplatzes einigermaßen so bleibt, wie es war. Hoppla, jetzt habe ich es versehentlich gelöscht. Nein, hier ist es wieder. Hier habe ich also ein neues Bild eines Eisvogels und nun passen auch diese Lizenzen, diese offenen zueinander. Und ich habe das Arbeitsblatt bearbeitet. Nachdem ich das getan habe, speichert das System dieses Arbeitsblatt, das ich jetzt konfiguriert habe, automatisch in meine Dokumente. Beim Klick auf dieses kleine T oben links seht ihr jetzt also das von mir bearbeitete Arbeitsblatt. Möglicherweise möchte ich auch noch ein Lösungsblatt dazu generieren. Dazu habe ich die sehr bequeme Möglichkeit, dieses Blatt zu duplizieren und diese Kopie zu bearbeiten. Hier könnte ich also ein Lösungsblatt anfertigen, auf der ich beispielsweise die Antworten schon sortiere. So dass Schülerinnen und Schüler, je nachdem wo man das Arbeitsblatt einsetzen möchte oder in welcher Form man die zur Verfügung stellen möchte, auch ein Lösungsblatt hinzufügen. Oder natürlich auch für Lehrkräfte, denen man ein wenig Arbeit abnehmen möchte. Eine weitere schöne Funktionalität beziehungsweise einen kleinen Ausblick, was man noch so alles anstellen kann mit Tutori zeige ich euch jetzt, indem ich noch eine Seite anlege. Einfach um einen kleinen Einblick in die verschiedenen Tools von Tutori euch zu zeigen. Wir waren vorhin schon in diesem kleinen Reiter auf der linken Seite und ihr seht ihr könnt diverse Funktionalitäten auswählen. Von der Überschrift bis zu einer Aufgabenstellung Lückentext. Ich probiere jetzt einfach einiges aus, entscheide mich beispielsweise für einen Lückentext. Und ihr seht hier einen Lückentext, der erscheint. Den kann ich auch nach Belieben verschieben auf dem Arbeitsblatt. Wenn ich ihn anklicke, dann erscheinen auch kleine Hilfslinien auf dem Blatt selbst, die mir die Orientierung erleichtern. Und den kann ich wie üblich mit der Stiftfunktion bearbeiten. Ein wirklich nettes Tool ist der QR-Code. Den kann ich auch wieder um hier verschieben. Der standardmäßig auf Tutori.de eingestellt ist, aber selbstverständlich kann ich auch diesen QR-Code bearbeiten. Ich zeige euch kurz, wie das funktioniert. Habe mir zu diesem Zweck schon vorab den Wikipedia-Artikel des Eisvogels aufgerufen. Kopiere die URL und setze sie hier ein. Und ihr seht, der QR-Code verändert sich. Und ich kann über eine weitere Funktion ein kleines Symbol einfügen, worum es sich handelt. Um einen Link, ein Filmclip oder eine Audiodatei. Um den Schülerinnen und Schülern also gleich zu zeigen, worum es hier geht. Ihr habt also jede Menge Funktionalitäten, die euch die Gestaltung eines schönen und variantenreichen Arbeitsplatzes im Hand und Brehen ermöglichen. Ein ganz hübsches kleines Tool zeige ich euch noch. Das ist das Post-it. Das ist eigentlich so eines von meinen Lieblingstools. Man kann also auch ganz einfach farbige Elemente erstellen in unterschiedlichen Farben. und das natürlich auch beschriften. Mathematische Zeichnungen, Rechenaufgaben, Linien mit Schrift und so weiter und so fort. Die meisten von diesen Funktionalitäten sind, wie gesagt, auch in der Freemium-Version zugänglich und können also auch kostenfrei genutzt werden. Wenn ich das alles jetzt gemacht habe, habe ich auch die Möglichkeit, diese Materialien zu veröffentlichen und zu teilen. Wir möchten ja OER erstellen und Kolleginnen und Kollegen oder auch anderen Interessierten ermöglichen, unsere Arbeitsblätter weiter zu nutzen, so wie ich das jetzt gerade eben gemacht habe. Dazu klicke ich auf den grünen Button Veröffentlichen und Teilen und kann entweder das Dokument anonym bereitstellen, eine Bezeichnung eingeben. Ich mache jetzt mal pro forma den Titel Lösungsblatt und das Ganze bereitstellen. Natürlich muss ich sicherstellen, dass dieses Dokument keine personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen oder Dritten enthalten, die nicht im Interesse der allgemeinen Öffentlichkeit stehen. Das ist klar, eine gewisse Sorgfaltspflicht habe ich und ich könnte hier also das Material veröffentlichen. Das mache ich jetzt nicht, denn es war ja nur zu Demonstrationszwecken und ich vermute, dass die Lehrkräfte auf dieses Arbeitsblatt gut verzichten könnten. Aber so funktioniert das. Auf diese Art und Weise bereichere ich also den großen Fundus an Dokumenten, der bereits in Tutori vorhanden ist und ermögliche es allen anderen Lehrkräften auf diese Art und Weise auch mit meinen Materialien zu arbeiten. Selbstverständlich kann ich auch eigene Bilder hochladen, die offen lizenzieren, auch das ist möglich. Und somit denke ich, ist Tutori ein sehr schönes Tool, um auf relativ einfache Art und Weise sehr übersichtlich gute und abwechslungsreich strukturierte Arbeitsblätter zu erstellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.